Hi zusammen, Fafio4. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ja was soll's, ein Splitter Video. Einfach nur aus Fun. Nicht, dass es irgendwie relevant wäre oder wichtig wäre, dass wir Splitter öffnen. Es gibt kein passendes Event dazu. Es ist einfach ein Fun. Ich habe Lust, irgendwie für dieses Event Splitter zu öffnen. Ich weiß nicht warum. Wir haben 92 plus noch ein paar Gems. Also wir werden vielleicht eventuell was bekommen. Und zwar ist es bei diesem extra Legendary Event so, wenn wir einen Champ ziehen, einen Legendären, dann bekommen wir einen zweiten separaten oder einen unterschiedlichen dazu. Eine Hoffnung, auch wenn sie die Chance extrem gering ist, ist natürlich auch ein Kalverlachs. Ich wünsche mir ein Kalverlachs. Es darf nicht wahr sein. Ich habe bei jedem 10-fach Event für Kalverlachs mitgepullt noch keinen bekommen. Das heißt, wir hoffen, dass wir heute was bekommen. So, und wenn ich um Kalverlachs oder wenn es um Kalverlachs geht, dann rede ich von, wo ist denn überhaupt? Was ist denn Kalverlachs überhaupt für eine Fraktion? Ja, dieser Champ. Das ist so ein Must-Have-Champ, den ich unbedingt haben möchte. Man sieht es auch in der Bewertung. Das ist ein Community-generierter Champ. Den hat ein Community-Mitglied. Er hat den designt und auch das Skill-Kit entwickelt und Plarium hat ihn dann veröffentlicht. Sehr gute Aktion. Also, drücken wir die Daumen. Wir haben 92 Stück. Wie gesagt, wir können noch ein bisschen erweitern. Fangen wir mal mit Smoosen 2 Einzelnen erstmal an. Ich werde nur zu Champs sagen, wo man sie, wenn man gute verwenden kann, dann sage ich euch was. Ansonsten, wie gesagt, skippen wir einfach weiter, Champs, die irrelevant sind, beziehungsweise jetzt nicht wirklich jemandem helfen, beziehungsweise sich nicht lohnen zu leveln. So, dann fangen wir mal an. Gut, wir fangen mit 10 Blau an. Wow, nichts Verwunderliches. Wir haben auch kein Zweifachevent aktiv. Bloß hier ist gleich so, dass die roten Champs gerade sowas eventuell euch in den Geheimräumen helfen können. Da dort sehr differenziert zu betrachten ist, es gibt Räume, da seid ihr froh, wenn ihr solche Champs habt, die sonst einfach überhaupt keine Verwendung haben, außer in den Geheimräumen. Aber leveln solltet ihr sie nur, wenn ihr dort erstmal den normalen Doom-Tor schafft. Die Geheimräume sind nice, aber ja, ihr wisst, was ich meine, die sind hart. Jetzt ziehen wir doch tatsächlich einen neuen epischen Champ. Kuno Ichi. Brauchen tun wir sie nicht. Ja, ein Mercy-Counter. Können wir gleich mal gucken nach dem One, wo mein Mercy-Counter steht. Doom Priest, Tornado Frank. Zwei geile, epische Champs. Jeder, der die Fraktion fliege, dritter Wiedergänger, macht, wird diese beiden Champion sehr vermissen, wenn er sie nicht hat. Einer meiner Lieblingschamps, den Guide, der funktioniert heute genauso wie damals im Volentless Gear, funktioniert da mega, mega gut. Ein phänomenal guter Champ. Super Supporter. Der kann sogar am Klamus gespielt werden, etc. Einfach ein Top-Champ. Doom Priest im Volentless Gear, genau dasselbe durch ihre passive Debuff-Remove. Funktioniert überall. In sämtlichen Content-Bereichen ist sie sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch an der Gäste kann man sie sehr gut spielen. Top-Champ. So, gucken wir mal auf Mercy-Counter. Der Mercy-Counter steht aktuell bei 122. Ja, leicht laufen, weil er hoffentlich, hoffentlich vorher schon in den Leggy. Nicht erst zu Mercy. So, dann haben wir Luria-Nö. Nö, nö, nö. Auch Warfstone ist in den Fraktions- Äh, Fraktions- Ist ja schon in dem Doom Tower im Geheimräumen. Da gibt es einen Raum, da braucht ihr rote Angriffshelden, glaube ich. Und dadurch, dass er eine AOE hat auf der A1 und 1-Skill mit 50% Defense Ignore und dann eine Chance auf dem X-Ride, kann man da sich ein bisschen leichter machen. Und AOE, A1 heißt immer Möglichkeit auf Stun-Set und dann kann man einfach so oft machen, bis man es irgendwann schafft. So, bei diesen Wears wieder Warfstone, Acel, ein guter Starter-Held, der zweitbeste nach Kael. Dann haben wir Coffins-Mesher auch sehr gut im Early-Progress. A1 Attack-Decrease, den großen mit Triple-Hit. Das ist auch gut für die Master-Win, ein Riesen-Bezwinger, hat die Chance dreimal Damage zu machen. Dann LP-Born und er bekommt weniger Schaden von AOE. Bis um 5%, auch das ist gut. Starter-Champ ist wirklich, wenn man den Clan-Boss aufbaut, ein guter Champ. Templer kann man erwähnen für Bommel. Gibt es, glaube ich, ein paar Videos von anderen Content-Creatern. Ja, Rekruter-Champ, maiv. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Tatsächlich hier, bis auf Jarek, Tö. Wir haben jetzt schon, weil gar nicht 80, 60, 70, ich habe keine Ahnung. Völlig den Überblick verloren. So, dann haben wir wieder leider keinen Legendären Champ. Tatsächlich, wo vor, also in dem Halbjepo, wer die Fraktions-Skinwalker nicht schafft, aktuell gut hinleveln müssen, wenn ein Revive, generell Reviver in den Fraktionskriegen stoppt, dann könnt ihr bis zum Boss spielen. Es können zwei Sterne und Co. zum Ende könnt ihr die zwei wiederbeleben. Und das hilft euch dort, die drei Sterne zu schaffen. In Skinwalker sind die Gems sowieso nicht so gut gesegnet alle, wie in anderen Fraktionen. Drei epische, gute Quote, aber kein Lecky. Mr. Grussel-Jarl, der inzwischen okay ist. Er war früher mal richtig gut, richtig top, weil einfach das Kit einzigartig war. Inzwischen ist es das aber nicht mehr. Denn das Kit haben so einige andere auch noch bekommen. Deswegen ist er immer noch gut, aber eben nicht mehr top tier, weil eben sich den Skillset mit anderen teilt. So, dann räume ich jetzt kurz auf und dann sehen wir uns nicht wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Kurz und knapp, ich habe jetzt einfach ein paar Gems ausgegeben, um welche zu holen. Wir werden jetzt aber nicht alle Splitter öffnen, sondern nur bis zum Mercy-Counter. Wir haben jetzt 182, glaube ich, laut Stand. Das heißt, wir müssten eigentlich nach 40 da reinlaufen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Werden wir gleich mal gucken. Ich hoffe, ich habe das Tool immer laufen gehabt, während ich Splitter geöffnet habe, um jetzt hier nicht fehlerhafte Datenmengen zu haben. Also, sollte aber passen, weil Kleop. Kleop Drix war mein letzter Leggy. Geil, oder? Kleop Drix. Haben wir am Stream live gezogen. Dachte ich auch. Geil. Das war so eine Banane. So, dann ziehen wir Hope. Nö, 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 nö. Okay. Wir laufen wahrscheinlich jetzt, 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 jetzt müssten wir eigentlich in den Mercy laufen, oder? Theoretisch. Guck mal, und was ziehen wir? Oh, Leggy und? Extra Leggy und? Äh. Äh. Leute. The Dutchess ist ja schön, aber wenn man dann so viele hat. Äh. So. Ja, ja, ja. Schön ist die Welt. Schön ist die Welt. Da muss man einfach erwähnen, dass man genau das nicht haben will. Wer sich jetzt natürlich, äh, über eine Dutchess freuen würde, sind alle, die, die keine Dutchess haben. Da stimme ich euch komplett zu. Ähm. Ich selber persönlich brauche sie in der großen Anzahl leider nicht mehr. Also, ja. Es sind jetzt tatsächlich fünf Dutchess auf dem Account. Ja. Okay. Da freuen wir uns einfach, dass wir so viele Dutchess haben. Besser als keine. Jetzt bin ich mal. Ich warte, wenn ihr geöffnet habt, würde mich ja mal interessieren, ja, was habt ihr bekommen? Habt ihr was Besseres bekommen? Habt ihr einen Wunsch-Leggy bekommen? Bei mir bleibt es halt leider immer noch ohne Kalverlachs. Egal. War ein reines Fun-Opening. Ähm. Neswur selber ist auch kein schlechter Champ. Ja, muss man dazu sagen. Neswur selber ist kein schlechter Champ. Aber er ist leider sehr langsam. Er hat eine langsame Animation und, ähm, das kostet ihn immer Zeit. Ja, man sieht es ja jetzt von der Bewertung auch schon, ja. Der ist wirklich nicht schlecht. Aber das Daub ist nach vorne, bis er einen zugehauen hat. Das kostet Zeit. Und damit sind mit ihm Speedruns leider nicht möglich. Ähm, beziehungsweise nicht so gut möglich, ne. Weil er einfach die Zeit so lange glaubt ist sowas. Aber, gut. Brauchen wir nicht so lange drüber rumreden. Einen Tag. Habt viel Spaß. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr bekommen habt. Ob er geöffnet habt. Ähm. Wenn mich oder fragt, ob ihr öffnen solltet, nur dann, wenn ihr entweder kurz vor dem Mercy-Counter steht. Vielleicht so 10 oder 20 Punkte. Ähm. Ähm, oder wenn ihr genug Splitter habt. Denn am Wochenende kommt wieder ein Splitter-Event. Und die braucht ihr für die Fusion, wenn ihr sie machen wollt. Also bedenkt das bitte, ja. Also dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Streams dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.